Kennst du das? Diese eine Person auf der Arbeit, vielleicht in der Vergangenheit oder aktuell, wo man sich dann fragt, wer hat die befördert? Wer zur Hölle hat diese Person befördert? Vielleicht weißt du auch, wer diese Person befördert hat. Aber du fragst dich, okay, sehen die denn nicht, dass diese Person total inkompetent ist? Und warum sehen die nicht, dass ich bessere Arbeit mache? Ja, das kann an Wahrnehmungsfehlern liegen. Auch sehr, sehr häufig, was wir auch erleben im beruflichen Kontext, ist, Mitarbeiter, die wahnsinnig gut sind, sich aber nichts zutrauen. Die gar nicht sehen, wie gut die eigentlich sind. Und das hat mit Wahrnehmungsfehlern und Business-Effekten zu tun. Das heißt, ich werde dir hier in diesem Seminar Kompetenztricks, Business-Effekte beibringen, Schlagfertigkeitstechniken, ja, und wie du kompetenter wirkst, effektiver, effizienter, also dass du da auch dementsprechend wahrgenommen wirst. Deswegen, ich wünsche dir viel Spaß beim Seminar und ich sage immer, wenn du Fragen hast, melde dich einfach.